Das ist das, was mir an Bauwert eben so gut gefällt. Ich will hier nicht nur irgendein Haus hinsetzen, sondern ich möchte, dass das auch eine Qualität hat, einen Anspruch an städtebauliche Qualität und Schönheit. Ja, hier findet also Zukunft statt. Und so soll das neue Haus Square One Räume bieten. Die Mitarbeiter sollen sich kein Homeoffice wünschen, weil das Büro soll schöner sein als zu Hause. Und deswegen legen wir großen Wert darauf, dass das Gebäude energieeffizient und mit ökologisch verwertbaren Materialien gebaut ist. Es ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Alles, was wir machen. Einen Footprint hinterlassen zu können im Leben, der auch vielleicht den Generationen nach uns noch etwas zeigt, was man schaffen kann, Arbeit und Wohnen zusammenzubringen. Das versuchen wir hier, was zu kombinieren. Das wird ein tolles Projekt. Das werden lichte Räume. Das wird von der Arbeitsatmosphäre her für uns ein Quantensprung werden. Insoweit bin ich heute als Botschafter für diese Gruppe von Mitarbeitern, die hier reinziehen wird, schon total begeistert. Ich möchte jetzt die Anwesenden zur Grundsteinlegung einladen. Einfach Wohnungen hinbauen kann jeder, aber ein lebenswertes, gut gemischtes, innovatives, nachhaltiges Stadtquartier zu bauen, dafür braucht es Professionalität und die haben wir bei Bauwert an vielen Ständen der Stadt erlebt und das finden wir sehr, sehr gut. Toi, toi, toi für den Bauwert. Toi, toi, toi für dieses Gebäude und ich freue mich auf den Einzug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017